Ja, morgen Morgen. Ich melde mich heute mal auch Homeoffice, das ist Sauwetter in Hamburg. Die Radtour fällt heute wohl aus. Also ich wollte mich mal äußern zu heute Abend Köln gegen Kiel. Heute St. Kiel gegen Köln. Also die Redikation, die interessiert mich ja auch. Wird leider auf Sky nicht übertragen oder auf irgendwo anders. Das hätte sicher gehört, dass die ARD oder sowas übernimmt, aber das interessiert mich nicht. Ich werde den Leipzigern gucken. Ich gönne das natürlich, das müsst ihr einsehen. Die Kölner, ich gönne das natürlich Kiel. Ich gönne das immer den Underdog. Und natürlich meine beiden Freunde, Finn Pograt und Achmed Abslan. Achmed natürlich noch mal alles Gute mit den Scheißbändern, äh mit den Großbandriss. Aber ich gönne das Kiel als Norddeutscher. Wir müssen zusammenhalten. Auch wenn sie äh sehr glücklich und sehr ordentlich oft von den Schiedrichtern begünstigt worden sind. Das ist das ja nur mit 8, 11 Meter. Aber das spielt heute Abend keine Rolle. Heute Abend geht das zur Sache bei Friedhelm Funkel. Da musst du dich warm anziehen, Herr Werner. Der hat Erfahrung ohne Ende. So das dazu. Ich will auch keine Kritik äußern. Ich freue mich, wenn Kiel gewinnt und dann wollen wir mal weitersehen. Aber ich habe auch viele Kölner Freunde. Aber ich bin immer für den Underdog. Alles klar. Tschüssi. Und dann alles Gute, ihr beiden, Finn und Achmed. Gruß aus Hamburg von Helmpeter. Alles gut. Tschüssi.